Alright, Freunde. Last of us geht weiter. Das war heftig. Wir haben die zwei Ärzten dabei, die uns geholfen haben. Okay, wir sind hier gemessert. ... jetzt diesen Funkturm. Aufzüben? Ja, gut. Hey, vielleicht finden wir was vor. Oh, man kann die abhören, man kann die spionieren. Ich bin schon dabei. Da kommen wir, der das ist ja. Okay? Sch. Augen offen halten. Was lässt denn die bei uns? Ich hab keine Ahnung, wo wir in der Story sind. Ey, Chad, kann irgendein Connoisseur einmal kurz in einfachen Worten beschreiben? Ohne zu spoilern, wo wir sind. Wie ist das eigentlich mit den Waffen aus? Boah, Munition ist ja richtig arschgefickt, Alter. Müssen wir in die Pumpkanne gehen. Pumpkan. Klassisch, man kennt. Britannien, Schottland, Wales und damit Fähre über Irland. Ja, das wäre wirklich crazy. Ehrlich. War noch nie auf einem Boot. Tja, auf dem Wasser ist das etwas anders. Eins nach dem anderen. Achso, nee, hier ist nichts. Hier muss doch irgendwie geilen Loot geben. Hallo. Hier ist eine Tür. Hallo? Da ist Loot drin. Hier? Müssen wir hier rein? Achso, die andere Tür war nicht möglich, wa? Ihr seid aus der Stadt geflohen. Ihr wurdet von einem Panzerfahrzeug gejagt und seid in den Fluss gesprungen, um zu fliehen. Die beiden habt ihr in der Stadt kennengelernt. Sehr gut. Max, sehr gut zusammengefasst, Bro. Shoutouts an dich. Also, Chad, jetzt wisst ihr es ungefähr, wa? So, Loot einpacken. Wieder ein Heft für Ding. Für die alte Hex. Ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Cool. Wie geil wäre das, wenn das Schiff noch fahren würde. Und wir fahren einfach damit weg. Das ist verrückt. Aber wo ist er denn? Er wurde Hobbs genommen von den Zombies, wa? Der muss auch schon seit einer echt ganzen Weile hier angelandet sein, ne? Aber eigentlich smart, Alter. In einer Zombie-Apokalypse auf so ein Schiff zu gehen, Chad. Oder? Kann man hier irgendwie hoch? Lass mich hoch. Ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht alle ein Loot. Hier ist hier unten noch vielleicht was. Stell dir vor, du bist auf einem riesigen Schiff, einfach mit genug Vorrat, mit genug... Mit genug Tank und so Essen. Wer ist ja überkrankes Strat eigentlich. Hey, Ali. Ich glaube, wir haben was. Boorensel mit Beeten und, äh... Ach so. So, für Essen anbauen, meinst du? Und Entsalzungsanlage ist Gain-Gin. Ja, Bro. Da lebst du für immer. Was habt ihr? Hey, ich wette, das führt da ganz durch. Ja, aber wo wollen wir denn überhaupt gerade hin? Bilden wir mal damit. Ich meine, auf die andere Seite der Brücke, I guess, right? Na los. Farten wir jetzt. Okay, kommt, Kinder. Los. Ja, Benzin ist true. So, und jetzt, wie machen wir es? Ich hebe es, ich hebe es auch schon, ich hebe es auch schon. Komm, schnell! Yes, das ist Maria. Oh, Labyrinth? Nee. Oh, eine klassische, wir teilen uns auf Nummer, oder wie? Ist das eine klassische, wir teilen uns einfach mal auf Nummer? Ich hasse die Taschenlampen, Alter, die sind so scheiße. Mir auch nicht. Aber wir haben keine Wahl. Was ist hier? Oh. Ah, da sind die. Habt ihr was? Ich hatte das Gefühl, der Typ stirbt gleich. Oder was ist heute mit mir los, Alter? Und wir müssen uns dann um seinen Sohn kümmern da. Um seinen Bruder, oder wer das da ist. Okay, wo zum fuck sind wir denn jetzt, Bro? Nicht hier raus? Ja, das klingt nach einer geilen Idee, Bro, he? Oh, was müssen wir wieder das mit den Plattformen machen, oder? Hey, vielleicht bringt das irgendwas. Yo! Stark! Schaffst du das alleine, oder soll ich helfen? Das Ding hängt an einer Kette. Das Ding hängt an einer Kette. Vielleicht geht das irgendwie dann. Das Ding hängt an einer Kette? Wo hängt das denn an der Kette? Bin ich blind, Chad? Wenn Chile sind echt ein Ding verspielen. Hä? Wo ist denn hier eine Kette, Bro? Bin ich komplett blind? Er zeigt irgendwo dahin. Er läuft irgendwo nach hier. Ich check's nicht. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo hoch kann. Ich komm nicht an. Oh, hier ist was. Das hat, das versperrt's. Das hat den Weg versperrt. Aha! Wie geht's nochmal nach oben? Fuck. Also, nach oben gucken einfach. Henry, versuch's mal. Okay. So, drehen. Jawohl, geil. Digga, was muss das für eine Untersetzung sein? Oder Übersetzung? Dass ein Mann das so hochdreht. Dieses tonnenschwere Tor, Alter. So, ciao, ciao. Ich seh mich mal um. Bleibt Wasser. Aha. Gut, hier kann ich raus, ne? Okay, dann hab ich kurz die Lage gecheckt. Ja, soll ich einfach ohne die Mäuse da jetzt abhauen? Auch hier geht's hoch? Da ist ein Floß. Ah, jetzt kann ich die holen. So, das schmeißen wir jetzt ins Wasser. Ja, komm. Wir kennen doch langsam das Game Chat, oder? Wir wissen doch langsam die Mechanik hier. Kann er rüberspringen? Nee, ich muss echt hier runter. Jetzt mach ich quasi Taxi für die da. Bei der Arbeit haben wir auch so ein Tor, das dauert für 5 bis 10 Minuten kurbeln, bis es offen ist. Boah, tot, wirklich. Habt ihr da keine bessere Möglichkeit, das zu machen? Na los, Ellie. So, komm, erst drauf. Sehr schlau. Es wäre auch mal kurz, wir haben doch kurz mal 5 Minuten, um den Kindern mal ein Schwimmen beizubringen. Anstatt, dass wir die immer auf so Plattformen holen und so. Lieber mal kurz ein Schwimmen beibringen. Finde ich smarter, glaube ich. Ein smarter Time-Invest. Oh, Ellie. Ellie, du kannst hier runter. So runterschmeißen. Willst du jetzt zur Leiter gebracht? Wo willst du denn hingebracht werden? Hier hin? Hallo, du kannst. Andere Seite. Ach, da hinten. Ja, Bruder, woher soll man wissen? Wer soll wissen, dass wir nicht nach rechts müssen, Alter? Wie nach, ob der Generator noch Saft? Mir geht gar nichts. Ja? What the fuck? What the fuck, Bro? Ja und ich, hallo? Ich hätte euch auch mit dem Holzding hier abholen können, Bro. Also wir hätten das jetzt nicht. So, lass mich mal hoch hier jetzt. Ist das hier krass. Du bist alleine gelassen, wirklich. Bro, ich bin der, der die Gruppe so durchcarried, Mann. Wenn wir auch kämpfen müssen, keiner macht was. Aber ich werde hier hängen gelassen wie ein nasser Sack, du. Ja, hier kommen wir jetzt gleich, Zombies 100 Pro. Rinder, lass mich mal ran hier, Sir. Sir, Chef. Ah, du bist sicher? Ah, du bist sicher? Okay, ich habe mehrere Leute auf jeden Fall gewohnt. Das war eine größere Kolonie oder so. Hörst du, wann bin ich the last of us? Was meinst du, Henry? Was zum Fick? Bin auch wieder da. Geil, dass du das Spiel auch mal spielst. Dass du das Spiel auch mal spielst. Wie meinst du, Bruder? Spiel das heute auf. Aber er macht überspaß. Macht überspaß. Oh, Loot. Geil. Zocken wie das Fussi ist das krank. Kleiner Love Interest. Ach, weil einer Henry heißt, ist das tot. Das war dein Gag. Okay. Krass. Kranke Anleitung, die wir da bekommen. Ah, Bomben verbessert. Aber immer smart. Loot. Boah. Action Loot. Neue Waffe. Ist sie gut, Chad? Sieht crazy aus. Shorty. Shorty on a fight. Rover. Over. Ist geil. Stark. So was machen wir jetzt, Kollege, hier. Geht's jetzt weiter, oder? Hier ist noch Loot. Kommt irgendwo raus? Ne, ne? Sackgasse. Ist ne Sackgasse hier. Was guckst du denn da nach Hannover? Hörst du das? Infizierte. Leise. Oh nee, gar keinen Bock. Äh, gar keinen Bock auf die. Boah, die Tür ist entspannt leise aufgegangen. Sackgasse stark, Bro. Okay, wir müssen da rüber. Jetzt sagen die wieder, dass die nicht schwimmen können, oder was? Wo, wo, wo? Okay, Schieß, Brude. Oh. Können ruhig die anderen auch mal ihre Munition benutzen, Bro. Muss nicht ich alles machen, oder? Schön. Ey, actually, das erste Mal, dass die was gemacht haben. Tja, wir wissen wohl, was mit ihnen passiert ist. Dem Klicker nach zu urteilen, sind sie schon länger tot. Wir gehen weiter. Wir können nur hoffen, dass es nicht noch mehr davon gibt. Ich loot mal hier kurz noch. Wartet mal da hinten. Ich weiß. Die haben Stormtrooper-Aim. Ja, ich aber auch, leider. Auf Konsole, Bro. Ich weiß nicht, ob ich jemals gutes Aim auf der Konsole bekommen werde. Lass mal hier in die Tür rein. Guter Call. Loot maybe? Question mark. Okay, hier ist keiner. They didn't suffer. Ist hier irgendwas geiles? Boah, ja, Machete, ja. Spiel mal ein paar Jahre. Bro, ein paar Jahre ist vor allem ein geiler Call. Spiel mal ein paar Jahre Apex. Dann hast du super Aim. Hm. Ein paar Jahre ist verrückt. We're trapped. I think everyone is dead. Ach, Digga, diese armen Leute, Mann. Himmel. Diese armen Leute, die haben sich alle umgebracht. All right. Weiter geht's. Hey, hier kommt es gleich. Ne, ich liege. Oh, Loot. Hey, ob es hier rausgeht? Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Ist hier crafting, ja. Boah, echt wichtig, dass wir das hier craften. Messer haben wir auch voll. Das ist auch immer gut zu craften, oder? Okay. Würde ich eher mal bei Wars on Dry sehen. Bei einer Controller Challenge. Hier sind doch Sporen, Leute. Ihr müsst eure Atemmaske aufziehen. Ja, Leute, was machen wir jetzt? Also, ihr steht immer nur rum und guckt. Und olle, gute alte Dominik muss immer alles regeln, Mensch. Ich weiß auch nicht immer die Antwort. NPCs. NPCs. Rudi, vielen Dank für den Prime Bro. Reo, was geht ab? Schlüpft durch die Gitter durch. Du bist dünn genug, komm. Real Talk, oder? Das ist seltsam. Die würde das schaffen. Nah, Bro. Nee, das Ding bewegt sich nicht. Stimm weg. Verschwindet. Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier. Pass auf die Lauf. Nah, Bro. Warum helfen wir nicht? Warum schießen wir nicht? Warum schießen wir nicht rüber? So, jetzt sind wir mit so einem... ...so einem... ...XD-Kind hier unterwegs. Okay. Bro, da loote erst mal, ja? Boah, was für ein Loot. Boah, Loot ist das Geilste. Wo ist mein Kompagnon hier? Ach, da. Der schilt seine kompletten Eier weg. Mhm. 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 Stylisch. 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 Hallo, wo ist die Camero? What the fuck? Wir machen Schlägerei, wir machen Schlägerei. Ich hab doch Patronen in der Waffe. What the fuck? Ja, komm raus. Oh. Oh. Da oben war einer noch. Wie viele Wichser sind denn hier, hä? Hier noch einer. Noch einer. Du warst gut. Habt ihr noch ein paar? Hä? Habt ihr noch ein paar? Bringt sie alle. Ja. Ich brauch Patronen, ich brauch Muni, ich brauch Loot. Retalk, Chat. Diese Art von Zombies sind chillig. Geht's hier weit? Diese Art von Zombies sind chillig. Die sind immer so extrem langsam gekommen. Okay, nice. Wir haben nur noch vier Schuss halt bei Dingen, ne? Okay, aber hier ist viel noch Loot, viel Loot, viel Loot. Das ist gut, komm hier hoch. AGR, Pock. Loot. Ich komm immer extrem schnell. Sehr gut. Sehr, sehr wichtig. Oh, Klo. Ist auf dem Klo noch Loot? Ich hab echt jetzt die Orientierung verloren, gerade wo wir sind. Wenn ich ganz ehrlich mit euch bin. Ich weiß gerade nicht mehr, wo wir sind, Chat. Aber Medikit-Herstellung ist immer wichtig. Wait. Hier? Warte, kommen wir hier? Ah. Ja, ja, ja. Warum hat es ihr erwischt? Ja, einer ist halt eingedrungen. Ein Infizierter. Wir müssen hier erstmal wieder raus. Hier gehen wir hoch. Dann haben wir es doch. Na schon. Ich komm immer sehr langsam. Naja, mein Gott, Leute, ne? Gibt's Schlimmeres. Hauptsache wir sind Alex Hund und Munder, gell? Was soll das Emote? Warte, was ist das für ein Emote? Pock Masked Pika. Hab ich noch nie gesehen in meinem Leben, Bro. Hauptsache wir sind Alex Hund und Munder, gell? Alles andere ist schnell besäglich. So. Okay. Ist das Ellie? Hör na los. Haben die es geschafft, oder was? Da sitzt sie. Sam! Gott sei Dank. Wir müssen schnell weiter. Durchgang. Da drüben. Hey, warum ballern wir die nicht ab? Schnell. Es sind viel zu viele. Er ist weg von der Tür. Mach auf, hör. Mach auf. Ich drück, ich drück, ich drück. Er ist durchgekrochen. Er ist was? Sam, was zum Teufel machst du? Ich hole uns hier raus. Stark. Na, dann meil dich. Stark, Sam. Wow, Löwe. Echter Mann. Alle nach oben. Na los. Echter Mann. Ich rennen. Ich rennen nur noch. Wie bei Only Up. Äh, wie bei Chain Together, meine ich. Ach so. Okay. Halbe Etage wieder runter. Okay. Hallo, hier ist Loot. Leute, bitte. Nicht so schnell. Ich muss looter. Um Gott, das will er bitte nicht so schnell. Ja, Leute, das holt zu, wa? Hier schon Loot, hier schon Loot, hier schon Loot. Mach von der anderen Seite auf. Mach schnell. Na los. Du bleibst nicht hier drin. Was ist mit dir? Ich komme klar. Komm schon. Los. Okay. Das war wieder, ja klar. Wo ist Ellie? Raus, oder was? Ja, was machen wir zwei Mäuse? Achtung. Mist. Dann mal los. Oh, nee. Wie viel Moni habe ich noch in der Knarre? Ich lasse ihn mal ein bisschen ballern, ne? Boah, die Waffe ist geil. Die Waffe ist stark. Bruder, wirklich, wo aimst du hin? Komm schon, die hast du, oder? Die hast du, oder? Bruder, du bist für mich im wahrsten Sinne ein NPC. Im wahrsten Sinne ein NPC, Bro. Raus, komm. Los, los. Schau, die ist richtig geil. Wie ist einer auf Martin Luther King? Martin Luther King-Clan? Du hast so viel gesaßt. Seht mal da. Oh, wollt ihr mich verarschen? Injected inside, do not open. Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Perfekt. Perfekt, Chilik. Danke euch. Wir sind nah. Wie sieht es mit meiner Munition aus, Freunde? Schlecht, wie immer, ne? Eine Kugel noch dafür. Warte mal. Sorry. Hey, hallo. Sorry. Dann nehmen wir die Pistole. Meiste Muni noch bei der Pistole. So, wo ist der Funkturm? Da hinten. Komm. Ey, ich wünsche mir einfach nur, dass wir da jetzt schnell ankommen und dass sich noch tausend Zombies zwischen uns und dem Weg sind. Aber ich habe das Gefühl, Leute. Tja, was habe ich gesagt? Mal sehen, wo wir hinkommen. Ich habe das Gefühl, da werden jetzt noch tausend Scheißhörer uns in den Weg gelegt werden. Und du, wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Infektionen. Games noch ein bisschen leise. Ist euch zu leise, Chat? Du wärst stolz. So, gehen wir jetzt diese Häuser hier looten. Aber wir sind safe infiziert, ja? Loot? Question Mark? Aha. Loot, habe ich schon durch die Wand gesehen. Boah, scheiß mal auf den Brief jetzt. Will ich nicht lesen. Leute, wirklich eure Schicksale. Es ist ja alles schön und gut, aber das ist auch langsam zu viel für meine Zieche hier. Ich muss das psychisch auch alles durchhalten irgendwann. Oh, die ganzen Abschiedsbriefe hier lesen. Eure Traurigen. immer schlechtes Zeichen, aber auch, wenn man so viel Loot findet. Munition stark. Immer schlechtes Zeichen, wenn man so viel Loot auch findet, ne? Weißt du, wie es Kevin geht? Er hat mir vorher eine Audio gemacht, aber ich habe es noch nicht hören können, weil ich im Stream war. Das geht noch mal höher, ne? Ah, da ist blockiert, aber da kommen wir nicht rein. Oh, oh, Loot? Da blickt doch was, oder bin ich hier zurück? Aber ein Bug. Wie tief bist du schon drin im Spiel? Also, so von der Story und Immersion bin ich sehr, sehr tief drin im Moment. Aber ich glaube, von den Prozetten her haben wir noch nicht so viel. Oh, ich... Meine Freundin, Marleen, wollte, dass er mich zu den Fireflies bringt. Ihr scheint doch gut zu verstehen. Tja, und jetzt... Jetzt kommandiere ich ihn rum. Oh, die beiden am Flirten. Ja, ja. Hi, 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 hi. Kommandiert mich rum, na klar. Okay, wir können gleich was verbessern auch. Stark. Oh, geht's in den Keller? Oh, actually, hier müssen wir lang, ne? 60 bis 70 Prozent? Habe ich schon geschafft von der Story? Nein, oder? Boah, bei Playstation-Menü stand doch gerade irgendwas mit 16 Prozent. Boah, habe ich da irgendwas übersehen. Maximal 30, schreibt jemand? Also ich finde, 30 und 70 sind schon sehr weit auseinander, Chad. Finde ich schon verrückt, wenn ihr so unterschiedliche Sachen sagt. Oh, wir können was Neues holen. Was können wir uns holen? Maximale Gesundheit. Ich denke, das macht Sinn, ne? Maximale Gesundheit. Hoch zu leveln. Fast aus dem Tutorial raus. Da kommt noch einiges. Ja, ja, also ich meine jetzt nicht, dass das schon zu Ende ist und so auf den. Ich glaube, ich will das mal herstellen. Ah, ne. Scheiß mal. Dieses Rauchding da. Obwohl, das Rauchding war echt... Eigentlich war das stark. Eigentlich war das stark. Lass das mal herstellen. Also so viel kommt auch nicht mehr, schreibt jetzt Felix. Also einer von euch beiden lügt, Chad. Einer von euch beiden lügt. Habe ich schon das nächste? Down. Get rich, die crying. Noch mehr Loot. Ich war erst fünf, als der Cordy selbst kam. Ich weiß, dass derzeit nicht mehr viel. Aber ich weiß noch, dass wir in so einem Viertel wohnten. Was weißt du noch? Oh. Barbecue. I have a gun. Für Loot. I will shoot. Ich erinnere mich noch gut an den Geruch. Komisch. Kennst du Rest in Evil? Ja, Rest in Evil Village haben wir gezockt. Alles wird mitgenommen hier. Das ist mir auch schon zu verdächtig ruhig hier wieder alles. Oh, Hunde. Halt dich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Wie haben die denn überlebt? Die fressen uns auf. Real Talk. Was ist das? Oh. Das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. Was? Niemals. Ich komme gerade aus der Berliner Innenstadt. Alter, da wird es heute krank abgehen nach dem Fußball. Ach stimmt, heute spielt der Türkei, gell? Okay. Wollen wir mal diese Schordi hier verbessern? Streuung, Nachladung. Okay, was können wir, wie viele können wir machen? Boah, wir können actually richtig viel verbessern, ne? Hast du angefangen mit der Story? Nein, 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 nicht heute, Bro. Nicht heute. Erhöht die Streuung der Waffe. Das wollen wir nicht. Streuung wollen wir nicht. Schneller Nachladen. Ja. Verringert Rückstoß. Ja. Kapazität ist smart. Ich würde sagen, Kapazität und Schussfolge ist smart. Ich glaube, das machen wir, die beiden machen wir mal. Kapazität und Schussfolge ist, glaube ich, smart. Na klar, das hat er mal kurz ran geschraubt, ne? Na klar, hat er mal kurz ran geschraubt, ne? Ist eine Schordi einfach eine abgesägte Schrotflinne-Chat? Ey, was ist euer Tipp heute, Türkei, Niederlande? Was ist euer Tipp, Chad? 1-1. Also ich habe vom WM-Universal-Rakel, äh, Orakel meine ich, Vom WM-Universal-Orakel Schatzi von TikTok. Janine und Schatzi, ihr kennt die alle. Oh, Reichweite beim Bogen für Silent Kills? Reichweite für die Shotgun eigentlich aber auch gut. Ähm, der hat ja gesagt, Niederlande wird gewinnen gegen Türkei. Aber Schatzi hat gestern auch zum ersten Mal falsch gelegen. Wer hatte alles gestern einen Schein auf 1-0 Deutschland wegen Schatzi von TikTok? Seid mal ehrlich. Seid mal ehrlich, Chad. Wer hatte gestern alles einen Schein auf, äh, einen Schein auf, auf, äh, auf Schatzis Tipp von TikTok? Bro. In den Kommentaren, da waren so viele Leute drunter. Die meinten, ich habe einen Fünfer gesetzt oder irgendwie so. Ja, Schatzi lag zum ersten Mal falsch. Aber gestern, gut, wer hätte gestern auch vorhersehen können, ne? Die Frage ist, hat Schatzi das Spiel heute Türkei-Holland, äh, Niederlande, hat er da was geschätzt? Und natürlich, äh, Freunde, ja, macht kein Glücksspiel, wenn ihr das nicht irgendwie... Sehr schön. Macht's einfach gar nicht, all right? Macht's am besten einfach gar nicht. Wenn ihr aber das Gefühl habt, dass ihr dafür zum Beispiel sehr anfällig seid oder sowas, dann, dann lasst euch am besten von so Seiten einfach sperren. Bei Tipico und so könnt ihr euch zum Beispiel auch sperren lassen, einfach. Oh, hier ist noch mehr Loot, actually. Spielt Türkei heute 21 Uhr oder spielen die jetzt schon Chat? Wer spielt gerade? Oder spielt... Was ist heute, äh, Frankreich? Frankreich eng? Hä? Hä? Dachboden? Bist du okay? Ja, die verdammte Decke kommt runter, pass auf. Rief mir da hoch. Was für verdammte Decke, Bro. Du hast einfach dran gezogen. Wo soll ich dir hochhelfen? Achso, ich muss erst klicken. Pass auf. Boah, der erste Lager, das wär auch verrückt, Alter. Was ist, wenn da oben ein Zombie ist? Ah, schon verhungert wahrscheinlich, ne? Oh, nein. Scheiße. Aber ich hab den doch erst aufgeladen. Hallo? Was ist da oben? Und was gefunden? Ich führte mal weiter, bis die da oben rumsucht, war. Ich rede einfach nicht. Warum sagt die Bitte sehr? Wer redet die denn? Ach, Digga, die gibt mir hier was. Danke schön. Nahkampfwaffen verbessert. Modifikation hält zwei Treffer länger. Stark. Richtig. Gut. Sehr gut. AK. Vielen, vielen Dank für die Elf. Du geile Sau. Danke dir. Carry you the adult while I'm gone. Take care of your brother. Ach, Digga, das sind so schlimm. Diese Nachrichten sind so schlimm, Mann. Fuck. Das ist halt wirklich, Chad, die sind morgens aufgewacht in der Welt. Die war ganz normal. Die war so wie unsere. Wie heute. Wie wenn ihr morgen früh aufwacht. Guckt mal, das könnte euer Bett sein. Hier ist euer PC, wo ihr gerade den Stream hier schaut. Wisst ihr? Meint ihr, diese Leute, die hier gelebt haben, die haben gedacht, ah ja, bald, wir leben ja in einer Zombie-Apokalypse. Nein. Die haben in Leben gelebt, Chad, genauso wie du und ich. Hier habt ihr gepennt. Hier sitzt ihr gerade, schaut mal in den Stream. Ich sitze hier und stream für euch. Es kann sein, morgen sieht es bei uns genauso aus. Digga, du weißt nie, wann es dich erwischt. Die haben es bei der Placey bekommen. Oh, bitte nicht, ey. Ich glaube, das ist aber, glaube ich, alles ausgestellt, ehrlich gesagt. Kann man nicht irgendwas machen? Und hier jumpen oder so? Ich habe leider das Gefühl, dass wir die Hunde erschießen müssen gleich, dass sie uns angreifen oder so. Hast du schon eine Serie gesehen? Nein, nein, eine Serie hebe ich mir auf. Ähm. Eine Serie hebe ich mir auf, bis ich das hier gezockt habe, weil sonst wäre es ja überarscht, wenn ich mich jetzt spoiler. Oh, hier ist noch Loot. Pock, Pock, Pock. Pock, 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 Pock. Wenn man so drüber nachdenkt. Ja, man muss mal wirklich mal über so einen Shit nachdenken, Bro. Weil diese Leute, die du siehst in irgendwelchen Filmen oder in irgendwelchen Games, die haben ja das ja klar, das sind jetzt fiktionale Sachen, ne? Aber die haben das ja auch nicht geglaubt, dass das passiert oder so. Oder die Leute, guck mal, es gab mal einen Tag, an dem sind wir alle aufgewacht und die Welt war fried oder die Welt war normal und am nächsten Tag, als wir aufgewacht sind, war Corona. Checkt ihr das? So an diesem einen Tag, bevor das erste Mal dieses Corona-Ding so bei uns dann ankam in den Nachrichten und Shit, da haben wir einfach ganz normal unser Leben gelebt, Bro. Wenn uns da jemand bei Umfrage, so Uni-Umfrage gemacht hätte, ey, was glaubst du, wie wird das Leben sein, bla bla, keiner, guck mal, bumm, nächster Tag, zack, alles ist anders. Alles ist anders. In Köln mussten die auf Krampf nochmal Karneval feiern, nochmal schön Super-Spreader-Event draus gemacht. Schau, das sind alle Kölner. Das ist eine crazy Welt, in dem wir leben. 8, 21, 36, so Freunde. Und jetzt wird es nämlich wichtig, weil das ist nämlich für irgendeinen Safe oder so. 8, 21, 36. Bitte mal ausschreiben, Chat. Bitte mal merken, bitte mal ausschreiben. Aber wo ist der Safe? Der ist doch Safe hier in so einer Hand, in so einer Wand verborgen. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Alles aufschreiben. Was ist das? Hier ist Staub im Boden. Wo ist der Safe? Ist der weiter unten? Was ist das hier? Kann man nicht loben. Oh. Noch so ein Comic für Ellie. Hier ist noch einer. Wann hat sie jemals Zeit zum Lesen? Wir sind die ganze Zeit nur am rumrennen und am irgendwie kämpfen und überleben, Bro. Wann soll sie Comics lesen? Unter der Treppe hat jemand geschrieben. Die flirten unten wieder. Am flirten? Alle Zimmer sehen irgendwie gleich aus, ne? Hast du das Game schon mal gespielt? Also ich habe es schon mal gespielt, aber noch nie an sich. Ich habe halt nur bis zu diesem Stand gespielt. One open door, that's all it took. One of us forgot to close the door and a horde of those monsters entered our camp. We shut them in there and wrote a warning on the outside. Ach, das ist das, was wir gefunden haben. Chillig. Danke euch. Weil einer vergessen hat, eine Tür zuzumachen, ne? Aber das ist, was passiert. Ah, hier ist der Safe. Pock, 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 pock. Hier ist der Safe-Chat. So, ich brauche nochmal kurz die Zahlen. 21 war das Erste, ne? 8, 21, 36. Jawoll! Sehr gut, Chat. Was haben wir da? Ja, okay. Okay, 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 okay. Okay. So, hier haben wir alles gelootet. Wieder eine Etage runter. Die zocken jetzt Dart oder was? Ist das jetzt ihr gerade deren Ernst? Du bist da. Okay. Nur werfen? Ja. Wasch! Ein Naturtalent. Glück. Nein, was nicht? Eines Glück. Ha! Lass sie doch. Okay, hau jetzt ab, du Angeber. Chat, wie fühlt es sich an? Selbst ein Charakter in einem Videogame, in einem Zombie-Apokalypse, kann ein Girlfriend bekommen, aber hier nicht. Nein, nein, nein. Wie fühlt es sich an? Ich hab dich fertig gemacht. Was meinst du mit fertig gemacht? Ach, das ist doch unentschieden. Ja, okay. Too real, sorry. Sorry, sorry. Too real, too real. Das war hart. Sorry, nochmal. Sorry, nochmal. Es kommt alles zu seiner Zeit, Chat. Es kommt alles zu seiner Zeit.